Noch vor wenigen Generationen bildeten die Rauhnächte, die Zwölften, die Wolfsnächte, wie die Nächte zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige auch genannt werden, für viele Menschen den traditionellen Höhepunkt des Jahres. Sie beginnen am 25. Dezember und enden am 5. Januar. An dunklen, kalten Wintertagen bot sich reichlich Gelegenheit, Zeit mit der Familie zu verbringen, sich zu besinnen, Geschichten zu erzählen und die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Und vor allem bot sich die Möglichkeit, lauschend und spürend Kontakt zu der Welt der Ahnen, Geister und Naturwesen aufzunehmen und Zeichen zu deuten und zu orakeln. An den langen, dunklen Abenden, während das Feuer im Kamin prasselte und draußen eises Kälte herrschte, bekamen wir Sagen und Märchen über Hexen, die Geister der wilden Jagd und die schaurige Frau Perch zu hören. Damals störte sich niemand daran, dass derlei Geschichten womöglich nicht für zarte Kinderohren bestimmt waren, im Gegenteil. Auch die Kinder sollten ruhig erfahren, dass Licht und Dunkel, Gut und Böse sowie Geburt und Tod zum Leben dazugehören. Untertitelung des ZDF, 2020